Okay, so there are a couple of things that you need to be aware of. First you have to have to make sure you find the visual sweet spot. Okay. So by looking at this and moving up and down, you will see a spot that will be a clear street. Ich muss den sweet spot finden, in dem ich das Gerät am Kopf ein bisschen hoch und runter bewege. Alright, got it. Okay, and then just clear over your head. Okay, I found a spot. Jetzt habe ich den sweet spot gefunden. Ersteindruck, pixelig. Holy shit. Look up. Look down. Look right behind you. 180 degrees. Das ist sehr, sehr geil. Okay. How does it feel? Pretty good. It's feeling good. Does it feel like you're in a cockpit now? I am. Alright. So, I'm going to hand you over the controller. Okay? Okay. Your left analog stick is going to move your Mac forward and backward. Your right analog stick is going to change your perspective. Okay. Your left trigger button to fire machine guns. Your right trigger button to fire rocket launcher. And then I'm going to have you press this button to move around. Okay? Ooh. Alright. Let's kill some, uh, original Macs. Sehr, sehr beeindruckend. Ihr müsst wissen, die Grafik ist verdammt pixellig. Die Auflösung ist nicht so hoch, da das Ding aus wo Halbbildern zusammengebaut ist. Und zwischen den Pixeln sieht man auch so ein paar feine Linien. Aber ich glaube, das haben sie inzwischen schon verbessert. Die Outlines zwischen den Pixeln sind ziemlich beeindruckend. Aber apart from that, das ist ziemlich gut. Und das ist halt der Wahnsinn. Durch die Gegend zu fliegen? Alter Vater. Und das ist halt der Final-Pitch. Und das ist so schnell wie man kann. 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 Es gibt einen ganz schönen Motion Blur, wenn man sich schnell von A nach B dreht. Aber es gibt praktisch keine Verzögerung. Es ist echt abgefahren. Ich bin in diesem blöden Mech. Und das ist so schnell wie man kann. Was ich will, ist, fly up. Okay. All the way up. As high as you can go. And look down. Shit. Das ist wirklich ein Gefühl von Höhlenangst. Woa. Okay. Pretty good. Das ist abgefahren. Ja, das Gefühl für die Höhe ist unglaublich. Yep, I did feel the height. Bei dem Spiel ist es ein bisschen seltsam, weil man das Cockpit mit dem Stick mitdrehen muss und sich im Cockpit umdreht. Aber das Gefühl für Räumlichkeit. Und ich bin wirklich im Spiel. Das ist fantastisch. Aber es ist immer noch irgendwie ein Zick unfertig. Also die Auflösung müssen Sie für die Retail-Version definitiv noch ein bisschen hochziehen und auch das Panel ein bisschen schneller machen. Das Motion Blur beim Umschauen ist leider so ein kleiner Wermutstropfen, aber das Gefühl, glaubt mir, das ist unglaublich. Ich will das zu Hause haben und zwar jetzt. Und ich spiele das Spiel nicht mehr. Ich laufe nur nicht die Gegend und schaue mich um. Yep, I'm dropping down. Und es wird... So, wie war es? Pretty gut. So, do you think the Verge guys were right? Huh? The Verge guys were right? They were alright. Aber ich habe ein paar Fragen. Will die Resolution beherer für die Retail-Produkte? Und die Pixel-Size? Das ist die Consumer-Version. Es ist nicht die Consumer-Version. Es ist die Developer-Version. So, wir werden die Resolution viel höher machen. Für die Consumer-Version. Ja. Ja, ja. Do you feel any comfortable when you're wearing it? No. Okay, but it's going to be lighter. Okay. Better screen. And it's going to feel more comfortable. And I was most surprised about the lines between the pixels. The grid effect. Right, right, right. So, is this something you're going to tackle for the Consumer-Version? Definitely. Okay. Cool. It's a bit better TPI. Okay. Pixel-Size. And also, it's going to have a full HD. Pretty damn amazing. Thank you very much for showing me. Have a great shot. Cheers. Alter Vater. Oculus Rift. Die Developer-Version ist noch nicht so 100% ausgereift. Die wirkt noch ein bisschen pixellig. Das Display hat noch so einen leichten Motion-Blur, wenn man sich schnell umschaut. Aber man ist im Spiel. Man sieht keinen Rand rings um sich rum. Und man kann sich einfach umschauen. Und das Gefühl, vor allem für Höhe, wenn man ein bisschen Mech durch die Gegend fliegt. Und für Räumlichkeit. Das ist unglaublich. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich würde es am liebsten jetzt da abreißen und mit nach Hause nehmen. Aber es gibt ja leider keine Spiele dafür. Aber wer da auch irgendwie interessiert, das kann sich ja das Dev-Kit jetzt schon für 300 Dollar bestellen. Vielleicht macht es aber mehr Sinn auf die Consumer-Variante zu warten, die dann auch von Spielen unterstützt wird. Das ist fucking beeindruckend. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mein Highlight bis jetzt. Schwer zu toppen. Guten Tag. Tschüss.